Rock Island Rätsel ist zurück. Ich mein, das ist unser Zuhause. Wir geben doch nicht kampflos auf. Mit einem zweiteiligen Special. Rocken wir den Rock Island Ball. Mit neun Rätseln. Ein Symbol? Was ist? Wahnsinn! Und neun Gefahren. Er bittet die Erlaubnis sehr laut zu schreien. Erlaubnis erteilt. Diese Kids müssen den Code knacken. Bei Axt. Und er öffnet sich. Um die Insel zu beschützen. Was das doch ist. Fort herrühm. Nein! Rock Island wird verschwinden, wenn ihr nicht... Okay, nicht was? Die neuen Folgen von Rock Island Rätsel. Bald. Nur bei Nickelodeon. ...